Moin Lotto! Und herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Video. Heute in einer anderen Umgebung, denn wir haben uns in einen Raum eingefunden, der für das heutige Video eigentlich ziemlich nötig ist. Und zwar habe ich vor einiger langer Zeit mal eine Videoreihe gemacht, wo ich mir Lifehacks von euch angeguckt habe, die wir dann getestet haben und gemerkt haben, sind sie gut, sind sie nicht gut, sind sie komplett scheiße. Und es sind damals so viele gute Vorschläge reingekommen, dass ich gesagt habe, ja, wir machen noch einen weiteren Teil. Also falls ihr weitere gute oder weniger gute Vorschläge habt, gerne unten in die Kommentare damit mit den besten Lifehacks. Vielleicht werden wir Lifehack-Meister im Leben. Wir werden heute einiges ausprobieren, was unser Leben vielleicht besser machen wird. Vielleicht auch nicht. Wir werden es herausfinden. Kommen wir also zum ersten Lifehack. Man nimmt eine Schüssel, tut Wasser und Eiswürfel rein, stellt sein Wahlgetränk verschlossen rein und kippt dann noch Salz dazu. Kühlte Getränke sehr schnell. Unser Ziel ist also, Getränke sehr schnell zu kühlen. Das machen wir direkt am Anfang, damit wir am Ende gucken können, wie das Endergebnis ist. Dazu habe ich dann zwei handelsübliche Flaschen besorgt. Die eine kommt dann gleich in den Kühlschrank, die andere werden wir versuchen auszutricksen. So, das ist das Vergleichsexperiment. Und wir brauchen einmal Eiswürfel. So, und eine Schüssel. Oh, da ist sie ja schon. Mensch. Okay, wir machen ganz viel Eis rein. So, darauf kommt dann jetzt noch Wasser. Ich mache mal Kaltes besser. So, das sind übrigens wunderschöne wiederverwendbare Eiswürfel, wo einfach Wasser in Plastik ist. Wie das Getränk nicht so wässrig wird. So, hier Wasser rein. Wir bräuchten eine größere Schüssel. Okay, also so. So. Hier mal ein bisschen umschichten. Moment. So, mehr Wasser. Und dann noch ordentlich Salz rein. Glaube ich zumindest. Ich hoffe. So, wir müssen ja das Salz auch in Wallung bringen. Genau. Okay, und das sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Wenn nicht, machen wir noch ein bisschen mehr Salz einfach rein. So, das Ganze stellen wir jetzt mal hier an die Seite, weil wir das am Ende der Folge testen werden. Und gucken mal, was der nächste Lifehack so bringt. Lifehack. Kennst du das? Du musst mit jemandem telefonieren, hast aber keinen Bock? Sag einfach am Anfang, du hast nur 2% Akku und wenn du im Gespräch keinen Bock mehr hast, einfach im Satz plötzlich auflegen. Wunderbarer Lifehack. Ja, kennt das. Man möchte eigentlich überhaupt gar nicht telefonieren. Wir werden es mal ausprobieren. Vielleicht werden wir ja angerufen. Ja, ruft keiner an. Schade. Praktisch, wenn man nie angerufen wird, dann brauchen wir diesen Trick überhaupt nicht. 20 Minuten später. Oh, ich werde angerufen. Mensch. Hi, Timon. Der Heider hier. Hi. Hi, guten Tag. Mensch, das ist aber ein Zufall, dass du anrufst. Ja, ich habe ja auch ein Anliegen. Ich denke, du hast bestimmt auch kurz mal Zeit, mit mir die Pläne der nächsten Monate für den Podcast. Boah, klar, natürlich. Ja? Ja, super. Super. Also, ich hätte schon eine Liste. Ich würde am Mittwoch anfangen mit Schweinebäuchen. Ich habe übrigens nur ganz, ganz wenig Akku. Also 2% oder so nur. Könnte gleich ausgehen. Ja, nee, das kriegen wir schon durch. Alles gut. Ja, ja. Also, Schweinebäuche und deren Bedeutung. Mhm. Die Wirtschaftslage wäre dann betroffen. Ja, hast du das? Warte, ich notiere mir das jetzt einfach. Ah, Sonnenmiss. Ja, da ist der Akku jetzt wohl leergegangen. Schade. So, einfach geht das. Ja, leider kann man jetzt nicht mehr mit den Leuten reden, wenn irgendwelche verwirrten Bayern bei euch anrufen und über irgendwelche Podcasts reden wollen. Ziemlich einfacher Lifehack, den man sehr gut beherzigen kann. Kann man ja auch nicht kontrollieren. Von daher, einfach auflegen, da passt das schon. Kommen wir zum nächsten wunderbaren Lifehack. Lifehack. Wenn du die Stefans glücklich machen willst, kannst du dir eine Glatze rasieren. Ähm... Also, ich glaube, wir lassen das jetzt besser. In abgeschwächter Version auf Subreddit Glatze-Memes reagieren. Schön, danke, dass es eine zweite Variante gibt, die man gerne beherzigen kann. Boah, ich kann mich auch nicht so ganz entscheiden zwischen beiden. Wir schalten mal ins Studio zu den Memes. Äh, nee. Aber die Nominierten für den Web-Timon-Preis sind jetzt draußen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr jetzt abstimmen, wer soll gewinnen. Es läuft die Zeit ab jetzt. Tut es. Stimmt ab für euren Sieger. Für den, den ihr am liebsten da ganz oben sehen wollt. Mit der Trophäe in der Hand. Der wichtigste deutsche YouTube- und Medienpreis. Web-Timon-Preis. Voten. Jetzt. Und teilen, damit auch andere abstimmen können. Danke, Timon, außerdem auch für diese wunderbaren Memes, die bestimmt ganz toll sind. Lifehack. Wenn dir schwindelig ist, weil du dich zum Beispiel gedreht hast, keine Ahnung, warum man das macht, hüpfe eine Zeit lang auf und ab. Nach einer Zeit ist dir nicht mehr schwindelig. PS-Glocke aktivieren und das Video liken. Gerade der letzte Punkt, besonders guter Lifehack. Ja, vielen Dank für eure tollen Vorschläge, die wir jetzt in die Tat umsetzen. Also, wenn ich das jetzt teste, dann bräuchte ich ja einen Vergleich. Das bedeutet, ich sorge jetzt dafür, dass mir schwindelig wird. Scheiße. Und dann sorge ich dafür, dass mir nochmal schwindelig wird und mache dann diesen Trick mit dem Hüpfen. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Okay, vielleicht sollte ich erstmal meine Hose festmachen. Also, ich mache mal 10 Umdrehungen, ja. Und. 10. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Geht. Geht. Ist okay. Okay, alles klar. Wir haben einen ersten Wert, an den wir uns orientieren können. Jetzt tun wir das gleich nochmal. Okay, und danach auf- und abspringen und dann verschwindet hoffentlich das Geschwindigkeitsgefühl. Ich hoffe es, weil ich möchte das nicht nochmal machen. Los. 10. 10. Fuck. Oh. Ähm. Mir ist immer noch schwindelig. Das, äh. Äh. Pff. Ich muss mal kurz was trinken. Das bedeutet, äh, es funktioniert schlechter als vorher. Mach das nicht. Warum sollte ich das tun? Ja, nochmal zur Erklärung. Das kann man auch nur in der Küche machen. Am besten in einer gesicherten Umgebung. Schade. Jetzt wissen wir ja, sich ganz schnell drehen und dann hüpfen. Bringt überhaupt nichts gegen den Schwindel. Ja. Ähm. Wer hat den Lifehack geschickt? Y. V. N. 3.0. Ja, war ein richtig beschissener Lifehack. Aber gut, ähm. Macht wenigstens das mit der Glocke oder so. Wenn du zu viel Bier getrunken hast, aber keinen Kater haben willst, schütt einfach ein bisschen Limo hinterher, dann wird das im Bauch zu Radler und Radler ist kein Alkohol. Krass, ich wusste gar nicht, dass meine ganzen Abonnenten alle Alkoholiker sind. Vielen Dank, Eimerstampel. Offensichtlich hast du ein kleines Problem. Ja, liebe Kinder, macht das lieber nicht. Falls ihr zuguckt, falls ihr einmal das sieht, bitte danach auch nicht mehr Auto fahren, weil das ist, glaube ich, nicht gut. Werden wir jetzt an der Stelle nicht unbedingt ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht, wir können mal kurz rüber gehen. Es fühlt sich auf jeden Fall schon sehr kalt an. Können ja nochmal ein bisschen nachsalzen. Weil ich weiß nicht, wie viel Salz wirklich hier rein muss. So, wunderbar. Das kommt wieder auf Position. Dann wird es gleich einen wunderbaren Geschmackstest geben. Kommen wir aber erst zum nächsten wunderbaren Lifehack, der vielleicht euer Leben besser machen wird. Lifehack. In der vollen Tee- oder Kaffeetaste mit dem Löffel im Kreis rühren, damit sie auf dem Weg zum Schreibtisch nicht überschwappt. Also, wir kennen das alle. Wir wollen mit der Tasse zum Schreibtisch, im Büro, zu Hause, im Puff. Und wir werden das ausprobieren heute. Vielleicht hilft das da. Also, ich habe hier eine handelsübliche Tasse und einen handelsüblichen Löffel. Und da werden wir jetzt Wasser rein tun. Weil hier, gut gefüllt auf jeden Fall. So wie eine gute Teetasse. Ich glaube, wir verzichten darauf, das an der Stelle mit heißem Tee zu machen, weil lassen wir das besser. Okay, ich werde jetzt hier lang gehen. Und dann werden wir gucken, wie viel rausfällt. Ich werde versuchen, schnell zu gehen, damit vielleicht was überschüttet. Ähm. Ja, es ist nichts rausgefallen. Nochmal. Was ist das für ein Problem? Wer hat denn so ein Problem? Wieso kann man denn nicht einfach vorsichtig gehen? Okay, nochmal. Wer schreibt denn hier die Lifehacks? One, two. Dein Problem ist scheiße. Wir probieren das Ganze mal mit Laufen und Rühren jetzt. These, es wird noch mehr verschüttet als vorher. So, und... Ja, nass. Toll. Hä? Ja, muss ja auch irgendwer sauber machen. Scheiße, ey. Ein ganz beschissener Lifehack. Also, in der Theorie relativ clever, weil durch die Zentrifugalkraft das Wasser ja nach außen gedrückt wird, dadurch in der Tasse bleibt. In der Praxis ziemlich beschissen, weil es überhaupt nicht funktioniert und das Problem eigentlich gar nicht da ist. Falls Leute an der Stelle Probleme haben mit ihrer Tasse beim Laufen, das relativ oft was rausschüttet, geht zum Arzt besser, als ständig umzurühren. Ich glaube, ihr habt mit motorisch-sensorische Probleme. Da kann ich nicht helfen. Der nächste Lifehack ist ein Zwiebel-Lifehack und wir hatten schon wunderschöne Zwiebel-Lifehacks hier in dieser Videoreihe. Man kennt das Problem, dass man sehr häufig beim Zwiebelschneiden weinen muss. Doch das muss nicht sein. Man nehme die Zwiebel, schäle sie ab und bevor man diese schneidet, unter kaltes Wasser abwaschen und etwas drücken, damit der Zwiebelsaft, der überflüssig ist, rausläuft. Danach geht das Schneiden easy. Also, These hierbei, das Weinen kommt vom Zwiebelsaft. Hoffen wir, dass das stimmt, sonst weine ich wieder. Schneidebrett, Messer, Zwiebel. Geil. Als Unterlage natürlich das gute alte Küchenkrepp. Oder Zeber, wie die verwirrten Leute sagen. So, schneiden wir mal an. Bisschen Schä... Das brennt ja jetzt schon. Ahaha, ahaha. Selten eine Zwiebel gesehen, die so gesaftet hat. Mehr als Florian Heiler nach drei Tagen Gamescom. Und da muss ich auch regelmäßig weinen, deshalb hoffen wir einfach mal, dass der Tipp hier auch funktioniert. Vielleicht ja universell anwendbar. Richtig fies ist auch dieses Grundkribbeln schon im Vorhinein. So, also abwaschen. Bisschen drücken. Ich merke, wie der gute Zwiebelsaft hier rauskommt. Dann erstmal eure Zwiebel trocknen. So, und jetzt hoffen, dass, äh, weiß ich nicht, dass man nicht mehr weinen muss. Wir machen mal Würfel, ne? Da wird richtig schön viel geschnitten. Wenn man jetzt so eine gute Tomatensauce oder so macht, dann braucht man ja oft Würfel. Alle Leute, die Tomatensauce von euch machen, kennen das. Alle anderen kaufen wahrscheinlich einfach nur das Pesto und klatschen das auf die Spaghetti. Ja, aber, ich muss sagen, ein bisschen spüle ich schon. Vor allen Dingen ist ja doch Zwiebelsaft in der Zwiebel drin. Also ich schneide ja die Zwiebel auf und da kommt ja trotzdem Saft raus irgendwie. Oh, oh, ja. Mh, ne. Soll ich das jetzt auch nochmal waschen? Das funktioniert tatsächlich nicht so gut. Ich glaube auch, ihr verarscht mich einfach nur jedes Mal. Ihr wollt einfach nur, dass ich weine. So, ich schneide auch mal hier zu Ende. Aber schön ist es nicht. Ist das der Grund, warum ständig irgendwelche Zwiebel-Lifehacks kommen? Einfach nur, damit ich weine? So, wir können das mal hier zeigen, wie bei so einer Kochshow. Mh, mh, Sturmwaffel wäre stolz auf mich. Ne, das, äh, glaube ich, genauso beschissen wie vorher auch. Halbe fest, auch dieser Zwiebel-Lifehack hat mich nur zum Weinen gebracht. Dankeschön. Ich setze aber sehr viel in den nächsten, weil ich glaube, ich hatte in der Theorie immer, dass das auch funktioniert, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Okay, gut. Wirklich mal ein sinnvoller Lifehack. Wenn du Nudeln, Reis, Kartoffeln oder ähnliches kochen willst, koche das Wasser im Wasserkocher vor. Damit geht das schneller, als das Wasser im Topf zum Kochen zu bringen. Dann das kochende Wasser in den Topf geben und Salz dazu und schon hast du kochendes Salzwasser. Also, folgendes. Wir werden jetzt starten. Einmal eine Portion Wasser im Wasserkocher, eine im Topf. Zum Glück haben wir hier schon zwei praktisch angerichtete Töpfe auf zwei Herdplatten. Wir machen dann jeweils in beide einen Liter rein beziehungsweise erst das eine in den Wasserkocher. Und ich glaube, ich werde die Herdplatte, wo das Wasser vom Wasserkocher reinkommt, schon anmachen, damit das quasi weiter kochen kann. Das ist ja der Trick dabei. Hier kommt dann erstmal ein Liter rein. Ah, passt. Dann kommt hier auch noch ein Liter rein. Und dann machen wir beides an beziehungsweise ich mache den Topf sogar eher an. So, das kocht und das kocht. Und jetzt müssen wir warten. Beziehungsweise wir müssen den Topf ja auch irgendwie noch warm machen. Und jetzt schauen wir bei diesem wunderbaren Rennen was eher kochen wird. Also meine These ist, der Wasserkocher wird deutlich schneller sein und ich glaube, mit der Kombi, mit dem Warmhalten, schon gut. Jacuzel. Jacuzel. Also hier tut sich noch nicht so viel. Und hier bilden sich schon erste Bläschen. Kann man beobachten, dass langsam das Wasser anfängt in Wallung zu kommen. Ähnlich wie Florian Haider nach drei Tagen Gamescom. Es könnte ein bisschen lauter werden jetzt. Hier vorne ist das Wasser immer noch eher ein bisschen ruhiger. Könnte auch noch mal telefonieren, ne? Hallo. Ja Mensch, hi. Ich wollte noch mal wegen der Leberwurst wollte ich noch mal fragen. Ja. Du hattest das irgendwie, also mein Akku ist immer noch fast leer, aber du hattest gerade noch mal irgendwas anderes gesagt. Ja, wegen der Listen. Wegen der Listen. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Ich wollte die noch mal mit dir durchspritten. Ja, soll ich das noch mal aufschreiben? Ah, Mist, da ist mein Akku jetzt schon wieder leer. Aber wenigstens kocht mein Wasser an der Stelle. Also, okay. Er ist umgesprungen. Der Topf ist heiß. Wenn man telefoniert, vergisst man die Zeit. Ich glaube, wir haben ein eindeutiges Ergebnis, was schneller geht. Vielleicht Tipp an euch da draußen. Einfach nicht die Herdplatte anmachen. Und vielleicht auch nicht den Deckel drauflegen danach. Ja, ich habe irgendwie die physikalischen Eigenschaften des Wassers nicht ganz bedacht. Aber, also, es dampft immer noch. Hier ist eher so ein... Ja, da kann man auch baden. Aber schnell... Hey, es hat funktioniert. Es ist ein sehr schönes Experiment. Endlich weiß ich, dass es auch funktioniert. Stellt euch nur nicht so doof an wie ich, dann werdet ihr auf jeden Fall schneller kochendes Wasser haben und eure ganze Herdplatte wird nicht voller verbranntem Wasser sein. Verbranntes Wasser auch nur Dampf. So, kommen wir jetzt aber zum abschließenden großen Experiment dieses Videos. Wasser aus dem Kühlschrank versus Wasser aus Eisschale mit Salz. Was ist kühler und was ist dafür besser geeignet als ein wunderbarer Test? Ein Test, der beweisen wird, welche Flüssigkeit kühler ist von der Temperatur her. Nämlich eine Blindverkostung. Ich werde zwei Gläser bekommen mit Wasser aus den jeweiligen Flaschen und muss dann sagen, welches welches ist, ohne dass ich es weiß. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann sind wir wieder. Das ging ja schnell. Mensch, wir haben jetzt zwei identische Gläser mit Wasser. Eins aus der Flasche aus dem Eis, eins aus der Flasche aus dem Kühlschrank. Meine Theorie ist ja, oder die Theorie des Lifehacks, dass das Wasser aus der Kanne, aus dem Eisding kühler ist. So, probieren wir das Erste. Prost. Ja. Ja. Also, hat auf jeden Fall eine gute Kühlung. Das Wasser war vorher, glaube ich, so Zimmertemperatur. Das heißt eigentlich, das ist schon relativ kühl. Probieren wir das Andere. Nochmal das Erste. Ja. Ja, ja, ja. Also, ich glaube, dass mein Geschmackssinn sehr ausgeprägt ist. Ich als Spiegel-Bestseller-Autor kann das, glaube ich, auch entscheiden. Dieses Wasser war kühler, meines Erachtens nach. Das heißt, dieses Wasser war aus dem Lifehack. Das ist schon deutlich kühler, ne? Und das war das Wasser aus dem Yes! 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 Leute, falls ihr ganz schnell Getränke kühlen wollt, mhm, lecker kühles Wasser. Ey, krass, das hat richtig gut funktioniert. Ja, es ist ein bisschen aufwendig. Wir brauchen diese ganze Schüssel mit Wasser und Eis und Salz, aber, falls es schnell gehen muss, auf einer Party oder so, ich weiß natürlich nicht, wie viel hat das Salz dazu beigetragen, aber allein die Wasser-Eis-Kombination hat hier für die nötige Kühlung gesorgt. Es lässt sich also sagen, Lifehack approved. Liebe Leute, das war eine wunderschöne Testreihe mit wunderschönen Lifehacks. Wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben Sachen auf den Boden gekleckert und Florian Heider genervt. Ein erfolgreiches Video, ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt, falls ihr weitere Lifehacks habt, ob gut oder schlecht, gerne welche in die Kommentare, ohne Hashtag, sonst werden die geblockt wieder. Vielleicht kommt ihr dann ins nächste Video. Das war's von mir. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!